Kurz rein und ganz kurz wieder raus. Haha, kurz rein, kurz wieder raus. Dankeschön. Ah, Borowski. Sie haben erzählt, dass Fenskes Ehefrau hier angerufen hat, woher wussten Sie, dass es seine Frau war? Freigen haben. Danke, erst mal nicht. Behandelt. Gab es dafür einen bestimmten Grund? Konkurrent. Fahren. Auf Wiedersehen. So genau will ich das gar nicht wissen. Aber Sie sind ja... Das Motiv kann ich mir schwer vorstellen. Wenn sie von der anderen Frau gewusst hat, das wäre ein Motiv. Und sagt dann keinen Ton mehr. Nein, das ist noch keine Vernehmung. Das Gespräch, um es mal klarzustellen, das führe ich. Wenn Sie keine neue Erkenntnis haben. Was von der großen Liebe vorgesäuselt. Ich will Ihnen von Kommissar Borowski ausrichten, dass Sie bitte in Ihrer Kabine bleiben sollen. Warum? Das will er Ihnen selbst erklären.